hallo seid gegrüßt und herzlich willkommen hier in meiner kleinen schalte zentrale wo ich so die meiste zeit des tages verbringe wollt ihr weiterhin sehen wie ich die unterschiedlichsten produkte auspacke und vorstelle so lasst doch einfach ein abo da und vergesst nicht die glocke zu aktivieren damit ihr auch kein video mehr verpasst die dinger laufen hier tatsächlich den ganzen tag auf dem einen hier irgendwelche serien auf netflix nebenher hier wird gerade ein video dann gerendert hier werden schon mal wieder die tams gebastelt und auf dem anderen gucke ich was so im netz passiert beziehungsweise aktualisiere entsprechend ja im moment recht viel am basteln vor allem auf dem gaming kanal da kommen ja täglich videos auf ich packe aus passiert so einiges da habe ich ziemlich rein geklotz in letzter zeit aber es läuft eigentlich gar nicht mehr hat der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen ich packe aus hatte ich so bis vor drei monaten noch hatte ich so um die 1000 klicks und mehr mittlerweile schaffe ich nur noch 200 bis 300 klicks so die letzten zwei monate keine ahnung was da bei youtube wieder passiert ist das gleiche problem haben wir auch freilaufende spinne auch lief immer so mit am besten der kanal aber mittlerweile auch nur noch so um die 200 klicks und ich weiß nicht was da wieder umgestellt wurde frustet natürlich vor allem da die videos echt viel arbeit machen und von daher habe ich mich ja auch hier bei dem gaming so ein bisschen mit befasst weil die schilder sind die videos auch wenn einige let's player mal jammern dass viel arbeit ist aber es ist kein vergleich zu den videos wie sie zum beispiel auf ich packe aus oder spinner gemacht werden wo man wirklich so einen richtigen schneide marathon hinlegt und manchmal mehrere tage dann bastelt so let's plays habe ich ja auch schon mal gesagt da drehe ich fünf videos am tag sechs videos am tag das ist dann kein problem und beim schneiden muss man da auch nicht viel machen schmeißt du einfach bloß ins programm ein eigentlich schneiden anfang am ende ein bisschen was weg und das war jetzt schon naja ich gucke mir das jetzt noch ein bisschen an und habe jetzt auch nebenher mal so meine meine festplatte ein bisschen durchstöber beziehungsweise wollte die mal freischöffeln und auch da habe ich ja gesagt will ich vielleicht mal ein video drehen in welchem ich euch sachen zeige die ich nie rausgekloppt habe weil manchmal drehe ich videos unboxings und dergleichen und mache im anschließt nichts mehr daraus einmal weil ich dann denke okay interessiert wahrscheinlich sowieso niemanden andererseits weil ich gerade keine lust hatte und heute das wären wahrscheinlich zwei parts einmal heute mit parts wo man sagen kann da habt ihr glück gehabt dass ich euch das nicht gezeigt habe da diese sachen wahrscheinlich die wenigsten interessiert hätten und beim nächsten mal dann war etwas teurere sachen die bestimmt ganz interessant gewesen wären aber so diese ganzen technik produkte wie fernseher und dergleichen die machen echt arbeit da muss man sich viel intensiver mit befassen da macht man viele verschiedene einstellungen und so und dadurch dann keinen bock zu genauso wie kameras und dergleichen und von daher aber ich zeige euch mal ein paar sachen im nächsten video jetzt jedenfalls die sachen wo man sagen kann wie schon erwähnt zum beispiel hatte ich mal eine daunenjacke ja eine wasserfeste daunenjacke von tack so heißen die glaube ich ist schon etwas länger her ich weiß gar nicht wann aber die jacke ziehe ich immer noch an ich habe die sogar unter wasser getestet und so also mal die dusche drüber gehalten und so und habe da einiges zu gedreht die man ein anprobiert wie gesagt die jacke ziehe ich heute noch an fällt noch ein bisschen groß aus an den ärmeln ist ein bisschen lang aber ansonsten ganz nettes teil gewesen ich verlinke die sachen auch mal unten und wir obwohl jetzt auch bei den ausschnitten feststellen werdet sind die ganzen videos ich glaube die ganzen videos sind doch im alten studio entstanden ja die sind doch teilweise schon mehrere jahre alt und da haben wir sie die steppjacke und so schaut er aus der beutel ganz schlichter gelber beutel als die jacke so ankam und hatte wirklich erst gedacht man hätte mir das falsche zukommen lassen und ich hole es jetzt mal aus das fühlt sich alles wirklich sehr dünn an also ich habe mir die jacke auch viel viel dicker vorgestellt gummi ist aber nicht besonders eng und dann weiß das schluss von nahen geguckt so ein bändchen dran von innen haben wir hier eine tasche ist nicht verschließbar sehr tief man wirkt natürlich in diesen jäckchen immer ein bisschen aufgeplustert aber okay die nähte wo sich natürlich kein daunen befindet und auch in den polster fächern ist der daunen schon recht spartanisch untergebracht ja von innen soweit ist noch nicht wirklich durchgedrungen man merkt es leicht klamm hier an den nähten ist es ein bisschen feuchter ja hier hier ist es schon recht feucht und ich habe immer noch alles aufgehoben aber ich will die sachen jetzt endlich mal löschen was habe ich mit den ganzen videos auf der platte platte die belegen einfach nur platz und der wird immer knapper bei den ganzen videos ja jedenfalls nach der daunenjacke zum beispiel oder hätte die doch jemand von euch groß interessiert jetzt jetzt hätte ich dann zum beispiel noch von mading top eine sporttasche das alles hier mal notiert jedenfalls die ersten sachen eine sporttasche die nutze ich tatsächlich auch immer wieder mal wenn ich zum mal zu meinem mädel fahre oder so dann sollte ich da schon mal sachen rein wenn ich etwas mehr mit nehme und ist eigentlich ganz nett habe ich auch gar nicht groß viel auszusetzen zeigt euch die ausschnitte wie gesagt ich sagte auch gar nicht mehr viel zu ja und da haben wir sie schon die nette sporttasche abgezogen das ganze schauen wir mal seit 1986 mading top das ganze ist ein glänzender aufdruck so ein bisschen gummiartig kurz mal eben von unten geguckt da haben wir hier diese nöppelchen das ist so ja weicheres plastik von innen immer so wasser abweisend ist auch so ein bisschen gummiartig stoff vernäht haben wir hier noch mal so ein schulterpolster für den tragering sehr schön ist auch angenehm weich da kann auch nichts mal eben so ausfallen ja und so sieht sie dann aus die tasche befüllt einmal kurz gepackt so ein bisschen provisorisch ein bisschen was eingelegt ist halt eine sporttasche tut es auch super ist stabil ich habe im moment keine probleme damit ich nutze wie gesagt auch schon zwei jahre oder oder länger und alles super dann etwas hochwertiger von krupps einen stadtmixer den habe ich euch auch nicht gezeigt hatte ich nämlich keine lust damals dann vor der kamera dann rum zu mixen und so gedacht jetzt muss er noch in die küche muss noch irgendwelche mix aufnahmen machen und so da hatte ich irgendwie überhaupt keine böcke deswegen habe ich das gelassen und da hätten wir von krupps den perfekt mix pro 9000 als die karton ausgepackt hatte vielmehr als erstes natürlich dieses schreckliche foto hier auf ich kann den kerl einfach nicht ab aber okay gehört von manchmal dazu und auch der muss ja irgendwie sein geld verdienen und da dann knallt man dann gerne die visage auch auf solche küchenprodukte so schaut von oben aus ein behälter und einen fuß dafür der fuß ist einfach aus plastik also nicht wirklich laut immer noch turbo gleichzeitig drehen und drücken ist wirklich einfach mit einem ja das erst mal soweit an dieser stelle zudem handelten stadtmixer ich hatte eigentlich auch noch neben dem stadt stadtmixer so ein so ein so ein so ein wie heißen die dinger diese pürier dinger da ne hatte ich eigentlich auch noch aber da finde ich das video nicht mehr hatte ich auch mal gedreht naja dann jetzt mega interessant also ich glaube da wären einige wirklich scharf drauf gewesen tut mir leid dass ihr das nicht gesehen habt aber von oxyt 7 so hießen die oder heißen die glaube ich hatte ich einen tretmülleimer ja ich habe euch ja schon mal vor vielen vielen jahren eins der ersten videos ein tretmülleimer das war damals wo der depp den ich damals noch gespielt habe und mein nachbarn den jason so das erste mal richtig aufgetreten sind und ich glaube das war sogar auch so ein halloween special ne ja das stimmt das war glaube ich ein halloween special und in diesem hatte ich euch so gag mäßig diesen grünen tretmülleimer vorgestellt der immer noch bei mir in der küche steht und jetzt hatte ich dann mal von oxyt 7 einen silbernen tretmülleimer hatte ich auch alles gefilmt und so aber dann irgendwie gedacht wird wohl keinen interessieren und von daher habe ich das auch wieder verworfen und da hätten wir ihn von oxyt 7 den 20 liter tretmülleimer das ganze hier aus diesem gebürsteten edelstahl einmal das ganze hier von unten gezeigt da haben wir dieses plastikkreuz hier hinter verbirgt sich auch die stange den Eimer aus was mir hier nicht so gut gefällt das bemängelte ich aber bei sehr vielen Mülleimern vielleicht kennt ihr das auch dass hier dieser griff innen angebracht ist also hier innen montiert wobei der hier noch recht flach ist aber er ist eben innen montiert und wenn man eine sehr volle Mülltüte hat dann verheddert sich diese Mülltüte gerne hier an diesem Metallteil genauso von oxyt 7 einen medizinschrank aus metall mit glastüre denkt jetzt tatsächlich bei mir im schlafzimmer so ein bisschen in der ecke versteckt ist ganz okay das teil ein bisschen klapprig und beulen anfällig also da wurde mir sogar ein zweiter von zugeschickt weil der erste bei der lieferung so verbeult war dass ich ihn gar nicht nutzen konnte der zweite hatte da auch schon ein paar beulen aber die konnte ich so ein bisschen raus bügeln also der war nicht sonderlich hochwertig und diesem schlichten weißen karton kamen er daher der medizinschrank von oxyt 7 einmal rausgezogen das ganze so schaut er aus der medizinschrank aus edelstahl gebürstetem edelstahl auch hier unten man sieht es vielleicht eine kleine dellertür ist nochmal extra geschützt hier an den kanten ganz simples blech hier ist natürlich ein bisschen blöde weil hier eine kante ist und wenn sich da staub drin fängt dann ist es doch recht schwierig das sauber zu halten umhängen kann man die tür aber nicht lässt sich also nur in dieser richtung öffnen dann hatte ich von ascha ich glaube wie heißen ascha ich sage jetzt immer glaubt aber ich habe es mir einfach mal so notiert ascha eine led taschenlampe die taschenlampe hängt jetzt bei mir oben am dachboden weil ich habe ich habe vor einiger zeit meinen keller beziehungsweise ich habe ja oben einmal mein dachstudio und daneben noch einen raum wo mir aber auch nichts drin war nicht mal strom und so das dachzimmer und da habe ich dann meinen keller habe ich jetzt quasi in dieses zimmer geworden damit ich nicht immer drei etagen runter muss sondern nur eine etage hoch habe ich jetzt quasi das was alles früher im keller war in diesem dachraum reingepackt ähm packt und da habe ich als licht die taschenlampe an der decke hängen tut auch ganz gut ähm nettes kleines teil und die gibt es ja zu haufer mehr ich glaube da unterscheiden sich die teile auch nicht so groß ja so sieht das ganze aus kommt in einer recht schlichten verpackung daher recht zierlich jedenfalls das ganze und jetzt mal reingeschaut nochmal ein wenig isoliert das ganze in diesem tütchen hier ich versuche das mal ein bisschen näher zu zeigen ich hoffe man erkennt es die ganzen feinheiten das ist um so ein geschliffenes metall irgendwie rund geschliffen hier haben wir so ein so eine art schlitten für drei batterien die schnaufe ist eher für damenhände gedacht sehr hell oh ja sehr grell sogar auch keine farbverfälschungen oder so kein gelblicher schimmer also sehr klares weißes licht so kurz nochmal von oben auf den tisch geleuchtet etwas weiter entfernt auch super spektakulär ich hatte euch mal ein paar taucherbrillen vorgestellt und da hatte ich auch noch weitere gekriegt aber ich habe die dann nicht mehr alle jetzt gefilmt und zwar hatte ich wieder von cressy eine taucherbrille und zwar eine für kids so eine transparente taucherbrille auch ganz nett verarbeitet und gab es von meiner seite jetzt auch nicht groß viel zu bemängeln konnte sie jetzt nicht wirklich testen hatte sie einfach mal in die kamera gehalten und so und naja halt eine einfache schlichte taucherbrille in klarsicht ich glaube das klarsicht ist nicht immer ganz so gut bei der sonne weil es schöner wenn das eigentlich verschlossen ist von cressy hätte ich hier eine taucherbrille für kids samt schnorchel ich öffne die box einfach mal das ist ja einfach so druckverschlüssel so schaut die taucherbrille aus nase gut getrennt kann man also auch schön greifen und sich zu halten wird einmal weggezogen und dann sitzt es wieder fest sehr schön sehr breit damit auch am hinterkopf niese rutscht und die taucherbrille gut packen kann und auch sonst macht das ganze eigentlich wirklich ordentlichen eindruck so dass ich denke dass man hier auch für den preis nicht wirklich meckern kann dann haben wir arm schmuck habe ich sogar jetzt an diesen arm schmuck habe ich auch mal bekommen habe ich ein unboxing zu gemacht und so finde ich ein nettes teil war recht teuer war recht teuer ich weiß gar nicht mehr was das damals gekostet hat also für so ein billig ding war über 20 30 euro glaube ich war es und dann habe ich es aber auf einer kirmes mal gesehen habe gedacht okay das ist ja auch irgendwie doch nur so ein billig ding und dann hat es glaube ich bloß 15 euro oder so gekostet aber ich finde es trotzdem ganz nett cooler verschluss und so mir gefällt das teil ich trage es ganz gerne und auch dazu hatte ich eben mal ein unboxing gedreht das ganze kam verpackt daher in diesem stoff beutelchen hier das armband noch mal zusätzlich verpackt in diesem plastik beutel macht soweit einen wirklich ordentlichen eindruck oben das edelstahlmuster das sieht auch wirklich schick aus ich weiß gar nicht ob es jetzt so richtig in der kamera rüber kommt geht auch mit einer hand soweit gut zu und jetzt als letztes mega spektakulär eine matratze und zwar von frankenstolz habe ich auch angeboxt wollte ich euch auch zeigen habe ich mir dann verkniffen die matratze muss aber sagen die matratze die nutze ich auch noch und das ist so eine echte koma matratze bei unserer freilaufenden spinner ich glaube auch freilaufenden spinner war es ne wo jenny und ich mal erzählt haben dass mein schlafzimmer oder dass man in meinem bett wie im koma schläft teilweise man legt sich hin und weg und das passiert auf dieser matratze nämlich immer und von daher wenn jenny zu besuch ist will sie natürlich auf dieser matratze liegen und ich muss dann auf der anderen liegen und die ist nicht ganz so kuschelig aber die matratze echt da da fallen wir sofort ins koma und ich schlafe da auch immer super drauf muss ich sagen mag ich sehr die matratze und die will ich jetzt auch gar nicht so schnell tauschen auch wenn ich zwischenzeitlich schon wieder zwei andere matratzen hatte zu denen ich aber dann gar keine videos mehr gedreht habe dieser riemen karton jedenfalls darin enthalten eine matratze da ist sie, oh ist wie schwer auf hier ist ein zettelchen drin gute matratze die liegt glaube ich bei so knapp 300 euro ist auch so leicht ähm stretchy den kann man komplett abnehmen in die waschmaschine und zum reißverschluss aufgezogen ganz witzig unterteilt von beiden seiten gleich okay das ist schon ziemlich arg die mit dem reißverschluss auf und zu zu machen jo wie gesagt ich verlinke die ganzen sachen mal sofern es die überhaupt noch gibt auf amazon können ja mal selber gucken was das für teile waren und ich bastel so ein paar schnippelchen dazwischen und danach kann ich dann endlich die ganzen videos von der platte löschen im nächsten part in welchem ich euch dann so videos zeige oder ausschnitte zeige von videos die ich nie veröffentlicht habe kommen dann die etwas höheren sachen da werden mal fernseher bei sein da wird mal ein beamer bei sein kamera wird dabei sein ich weiß gar nicht ob ich noch von allen kameras ich hatte von mehreren nämlich auch fotoparte und so habe ich glaube ähm da mir schon öfter mal eine festplatte gecrasht ist und ich was sicherungen angeht ziemlich schlampig bin habe ich auch viele videos verloren muss ich leider sagen und mal gucken ja wie geht es jetzt weiter auf ich packe aus ansonsten ähm auch wenn mich das im moment ziemlich runter zieht und ich mich daher am liebsten ich habe übrigens erinnert ihr euch noch ich hatte mal ähm diese diese leuchtstreifen hier diese led lichtstreifen hatte ich euch mal vorgestellt da habe ich ja einen im wohnzimmer angebracht im fernseher der ist da immer noch bombe hält hält also bombe und so und dann hatte ich als zweites diesen wasserdichten lichtstreifen der lag immer noch bei mir im schrank ich hatte keine verwendung dafür und dann dachte ich mir ich bin mal hier mein arbeitszimmer auf und habe dann hier dieser lichtstreifen hier hinten überall hier rum hier rum aber der kleber an dem ding ist total scheiße der löst sich unentwähigt und von daher muss ich mal gucken ob ich mir doch einen anderen lichtstreifen holt weil ich bin die immer hier wieder am nachdrücken weil die wupp kommen die wieder runter die blöde die blöde lichterkette da ähm was soll ich sonst sagen achso wie es weitergeht auf ich packe aus ja zieht einen natürlich runter vor allem sind das jetzt auf ich packe aus ähm ähm halt videos auf denen ich produkte vorstelle und wenn sich niemand für die produkte interessiert dann dann gibt es für mich natürlich auch keinen sinn ähm groß da videos überhaupt noch zu zu machen und von daher ich werde das erstmal weiter durchziehen ich habe noch genug produkte auf äh oben rumliegen ähm wird wir als nächstes wieder eine maus geben und so dann habe ich hier so einen kleinen Nescafé Krups Kaffeeautomaten wo gerade die kamera drauf steht der ist heute noch angekommen und noch verschiedene andere Sachen ähm werden da kommen vielleicht auch wieder ein bisschen Spielzeug da jetzt kurz vor Weihnachten oder das jetzt wenn es auf Weihnachten zu geht da bekomme ich immer einiges an Spielzeug und da liegt auch schon wieder so ein bisschen was vor äh rum wo habe ich eigentlich ich hatte habe ich gar nicht hier ich hatte auch so lustige Frestling-Action-Figuren bekommen naja aber da kenne ich überhaupt nicht mehr die aktuellen Frestler ähm ansonsten jo gerade ins Haus geflattert das neue Magix 2019 habe ich aber noch nicht installiert ähm äh ich arbeite immer noch mit 2017 am liebsten 18 mochte ich auch nicht 18 habe ich hier auf der Kiste installiert und äh ich arbeite da nicht so wirklich gerne mit muss ich sagen deswegen mache ich hier auch nur die einfachen Let's Plays dran und äh das friert leider auch sehr häufig ein also es friert gerade beim Rendern sehr häufig ein 17 habe ich jetzt auf der Kiste wo ich am meisten arbeite ähm und da habe ich keine Updates mehr gemacht das habe ich auf 17 gelassen weil Magix löscht ja immer komplett was ich auch hasse ähm dann kann man nämlich alle Einstellungen wieder von vorne machen die ganzen Ordner wieder vergeben und so zum Kotzen ist das jedes Mal und jedenfalls habe ich hier ähm vermeide ich es 17 abzudaten und da das einfach bei mir gut läuft und ich da nichts mehr verändern will da ich da auch die Oberfläche lieber mag als bei 18 und bei 19 muss ich jetzt auch gucken da wird sich nicht viel verändern äh ja muss ich mal gucken aber dazu mache ich jetzt keine Videos ähm ansonsten wie gesagt Spielzeichen habe ich noch aber ähm interessiert natürlich jetzt auch nicht so aber da nicht viel los ist mache ich natürlich auch die Dinge die mir wenigstens noch ein bisschen Spaß machen und mal gucken mal gucken jedenfalls wie es weiter geht ich weiß nicht was bei YouTube passiert ist dass die Aufrufe derart runtergegangen sind dass die Videos ähm wirklich kaum noch über 300 Klicks schaffen und auch wie gesagt auch bei Spinner ist das gleiche ist alles zum gleichen Zeitpunkt passiert vor knapp zwei Monaten glaube ich da gab es dann diesen extremen Bruch und da passierte gar nichts mehr und keine Ahnung woran es liegt ich ich hoffe noch dass sich das wieder ein bisschen ändert dass noch Schub kommt aber wenn nichts mehr passiert dann muss ich mir echt was einfallen lassen beziehungsweise ich will auch gar nicht groß jammern aber dann muss ich wahrscheinlich hier auf ich packe aus den Stecker ziehen ja weil ähm dann mache ich lieber die ganz bequemen easy Sachen wie ein bisschen Let's Play nebenher oder mein A's im Arm ein bisschen was lesen das ist nicht viel Aufwand alles und das kann man so wie Schild mal machen aber diesen Stress dann sich anzutun jedes Mal und es passiert nichts das ist immer blöde jo na gut das jedenfalls mit meinem mit meiner kleinen Zusammenfassung von ungenutzten oder unveröffentlichten Produkten jo so und jetzt werde ich gleich direkt mal schneide ich das erst ich schneide das erst ja und dann suche ich die anderen Produkte raus die ich noch so finden kann ich habe auch noch im Moodsum habe ich auch noch eine Festplatte glaube ich muss mal gucken jo jo ja gut ich hoffe euch geht es sonst gut ne könnt ihr auch mal wieder Hallo sagen und so ne und welche Produkte ja sagt mal welche Produkte davon euch eigentlich interessiert hätten vielleicht war ja da tatsächlich was bei was euch interessiert hat jo naja ok ich mach jetzt hier weiter ne von daher mach's gut bis die Tage und tschau tschu 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 bumm so ach so ich sitze ja hier immer noch wie ein Stuhl da habe ich ja ein paar Sachen bemängelt aber mittlerweile habe ich mich so angefreundet mit dem Stuhl muss ich sagen auch hier mit dem Sitzen und so dass die Schale so eng ist irgendwann gewöhnt sich der Arsch und die Beine gewöhnen sich da dran und ich nutze den soweit ganz gerne nur muss sagen diese Hörner hier so witzig cool die auch aussehen aber dass die Dinger hier immer so sind die stören so ein bisschen mal gucken ich habe schon überlegt um das umzudrehen ansonsten ganz okay ja da füß mich weg tschau tschu tschu muss wieder die Lichtleiste anrufen bis jetzt guck auf Bis zum nächsten Mal.